Die K-Messe ist nach wie vor weltweit die wichtigste Ausstellung, die wichtigste Messe im Kunststoffsektor und insofern auch für die Bus AG alle drei Jahre ein sehr sehr wichtiges Event. Zum einen um unsere bestehenden Kunden zu treffen, zum anderen aber auch um die neuen Entwicklungen, Neuigkeiten aus der Bus AG dem erweiterten Publikum dort zu präsentieren. Die K-Messe 2019 wird für die Bus AG ein sehr wichtiger Event. Wir werden dort unsere Compeo 110 präsentieren, eine Maschine, die allein schon durch ihre Ausmaße und ihr Gewicht beeindruckt und insofern lade ich Sie alle, unsere Kunden, Interessenten der Bus AG, sehr herzlich ein, uns dieses Jahr auf unserem Stand an der K 2019 zu besuchen und sich von der Begeisterung und der Passion der Bus AG fürs Kompondieren anstecken zu lassen. bossen an